Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Ja, es ist aber eine ganz besondere Folge, denn es ist die letzte Folge! Ja. Ja. Einige werden sich denken, Watt, Watt, hat denn der sich schon wieder gesoffen? Ähm, naja, um es ganz kurz zusammenzufassen. Ihr wisst ja, dass Tech World in letzter Zeit ziemlich unregelmäßig kam und... Ich bin gerade zu schlafen. Und ich möchte mal ganz kurz erklären, warum das in letzter Zeit so war. Aber es hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich meine, das habt ihr bestimmt in den Aufnahmen schon gemerkt. Ja, dann machen wir jetzt mal das hier. Oh, scheiße, wir haben schon wieder nicht das und das. Oh, scheiße, wir haben schon wieder das, nicht das und das. Problem ist halt einfach, wie gesagt... Wieso fanden ich jetzt noch nach? Egal. Ähm, es ist ja, wie gesagt, schon eine Singleplayer-Welt. Also mit, naja, plötzlich einfach mal aufs Gehen laufen, ist halt nicht so wirklich viel, weil ich ja noch andere Sachen machen muss, unter anderem auch noch Schule. beziehungsweise Abitursitzen habe. Und dementsprechend wollte ich schon mal schauen, dass ich da noch mal vorankomme. Ich meine, wir haben jetzt, soweit finde ich, mal ordentlich was geschafft. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier so eine Bescheid zur Energieversorgung aufbaue. Wir haben jetzt hier eine schöne 10-Kasse-Milie da stehen. Wie viel? Ich vergesse gar nicht. Wir haben hier eine schöne kleine Behausung aufgebaut. Da haben wir schon mal zusammengeknüppelt. Was haben wir da eigentlich so alles rausbekommen? Alter. Und hier die Tru... Also Holz kriegen wir auf jeden Fall genug und Holzkohle. Ja, wir haben jetzt hier mit den Bienen, haben wir mal die Diamantenbienen geschafft, wollten eigentlich noch einen Reaktor für die Nuklearbienen, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Dazu ist es aber leider dann doch nicht mehr gekommen. Naja. Also der PC-Lauf hier haben wir ein bisschen aufgebaut. Wie sieht das eigentlich mit der Enderquery? Ach, das habe ich ja soweit. Ja. War ja was. Oh, die sind wir noch dabei. Aber grundlegend ist es halt wirklich so, es hat mir einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich meine, ich habe mich wirklich schon in die letzten Aufnahmen reingezwungen. Das hat mir aber auch... Am Anfang war es echt noch so... Ach, endlich mal ein Projekt, wo ich unabhängig bin, wo ich einfach mal anfangen kann, was ich machen möchte. Und war es auch. Aber später... Wollte ich einfach mal gucken. Ja, dann machen wir jetzt mal das und das. Hm, was muss ich empfehlen wieder? Und das hat sich einfach summiert. Und es hat mir einfach gar keinen Spaß mehr gemacht später. Ich hoffe ganz ehrlich, dass ihr diese Entscheidung von mir verstehen könnt. Hier, das lief später auch nicht mal so wirklich, weil es einfach nicht geklappt hatte aufgrund der Zeit. Weil hier wieder Fleischwaren reingekommen sind, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Weil halt die Sätze hingekommen sind und ich hätte einfach dafür ausgehen stehen müssen. Das habe ich sogar mal gemacht. Es musste dafür eine ca. eine 3 Stunden ausgehen rumstehen, bevor das eigentlich mal wieder sich nachgefüllt hatte. Und was ist, in den nächsten Aufnahmen ist es dann einfach mal wieder so reingekommen. Konnte ich auch wieder vergessen. Also, es wird auf jeden Fall danach noch ein Projekt geben. Ich werde aber auch mal schauen, dass ich mir da noch mal irgendeinen dazu schnappe. Das Projekt mit Streetleaker, was wir angekündigt hatten, das ist erstmal wahrscheinlich momentan so wie es aussieht, auf Eis gelegt. Ich werde auf jeden Fall die Map noch überhalten. Kann man ja vielleicht irgendwie in einem oder anderen Leipzig mal so mal schauen, dass man da was macht. Oder ich werde euch die Map auf jeden Fall schon mal so zur Verfügung stellen. Ich werde aber auch mal ein Video machen, wann ich das hochgeladen habe und so weiter. Und wo muss ich auch noch schauen. Ich werde aber erstmal einen kleinen Laufer dauern, bis ich das so weit habe. Aber in der Zwischenzeit habe ich schon mal hier sowas genaues vorbereitet. Ich tue hier in die Truhe mein ganzes Equip rein. Habe ich hier noch irgendwas? Nein. Die Level könnte ich sogar noch mal abfüllen lassen. Das mache ich noch mal gerade. Query habt ihr auch zur Verfügung. Machen wir uns mal gerade in den Tank. Na. Na. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Äh. 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 Da. Na. Das war jetzt klar. Also so ein klein wenig mache ich dann jetzt schon noch in der Aufnahme. Aber nicht so wirklich viel. Ich fände es auch so ein bisschen scheide, dass es so gelaufen ist. Aber naja. Was ich auf jeden Fall jetzt noch mal mache ich klatsche jetzt mal ganz unprofessionell hier in tanken. Ich weiß nicht ob das reicht, ich will es hoffen. Ja da kommt schon die XP da rein. Sehr schön. Junge Junge, da kommt aber einiges rein. Ach du heilige. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber es wird gehen nicht, ich werde das Level aber schneller weg. Gut. Das hat man dann auch. Habe ich noch mehr Level gerechnet, aber okay. Gut, die restlichen Tanks tue ich hier rein. Die Erde hier tue ich mal hier rein. Und ich würde sagen, das war es für dieses Display. Ich werde das Display, die Display wie gesagt hochladen. Kann man dann mal schauen, dass man so nochmal was machen wird. Aber grundlegend geht es jetzt erstmal mit einem anderen Projekt weiter. Was jetzt kommen wird, weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall kein Single-Player-Display sein, so wie das letzte. Das habe ich jetzt gelernt. Das klappt einfach nicht mehr bei solchen Mod-Packs. Ich werde mir dafür noch einen Server mieten. Und so wie es aussieht, könnte es sogar sein, dass ein Kumpel von mir mitmacht. Wer es sein wird, weiß ich noch nicht. Ich würde sagen auf jeden Fall, das war es dann erstmal. Dann sehen wir uns beim nächsten Display. Bis dahin. Tschüss.